Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Models Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal einen Kiff. Beim letzten Mal haben wir die ganzen Dinger da hinten aufgestellt, aber dort noch einen und ich glaube, den holen wir uns noch dazu. Es sei denn, die sind was anderes, aber die sehen halt aus wie... Es ist halt so auffällig, so dicht, wie das Ganze hier ist. Brauchen wir die beiden noch. Das heißt, brauchen wir müssen sowieso nachher mal mit ein bisschen rechnen, wie viel wir dann haben. Wir haben nämlich keine Ahnung, ob wir jetzt alle gleiche raushauen oder müssen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung, kriegen wir ein Stück hier hin. Wir hoffen, dass wir alles dabei haben. Wir brauchen nochmal zwei Stück, ne? Ähm... Oh, war die Tasten? Ja, nochmal zwei Stück. Du brauchst die Steamplates jetzt für den Crusher oder für den... 180 ist das zu viel für... Machst du... Da brauchen wir 20 von... Ja, und die können wir vor Ort machen. Dann... Geht's da los? Weil da bin ich geschickt drum herum gegangen, aber ist ja nicht so ein großes Problem, ne? Ich kann ja schon mal hingehen. Jetzt gehen wir im Moment... Das Hologramm kriegen. Das ist gut. Dann nur vielleicht gucken, wo wir den Strom herkriegen. Aber auch das ist nicht so ein Problem. Wir setzen uns... Wir setzen uns einmal... Wir setzen uns einmal... Hier strom hin... Dann bist du auch schon mal grob gerichtet. Dann brauchen wir... Dann brauchen wir... Äh... weiter geht's... Das ist jetzt... Ein bisschen Dün da. Ein bisschen verwirrt. Das ist ja perfekt. Dann können wir direkt da oben anschließen. Nein. Aber den können wir direkt zwei hochzählen. Den da dran. Den da rein. Da dran. Fertig. So. Jetzt brauchen wir eine Plattform, auf die wir 16 Crusher kriegen. Wenn wir schon hier sind wieder. Wir machen 60. Das ist auch pure. Die Frage ist jetzt bewusst zu denen nach vorne. Sind die auch beide pure. Sehr relativ nah dran. Das ist auch pure. Gut. Dann schmacken wir uns... Haben wir jetzt schon... Wir hatten schon plattformtechnisch angefangen. Ja. Müssen wir da für 18 Crusher, nicht für 16. Dann fangen wir endlich mal an hier groß zu werden. Wir hatten sowieso gesagt, wir machen das da hin. So. Du stehst hier blöden Weg. Aber... Das ist jetzt. So. Wir sollen natürlich auch Platz lassen. Den Platz, um irgendwelche Dinge anzuschließen, den machen wir uns hier hin. Das heißt, wir müssten auf der anderen Seite doch die anderen Eingänge haben. Ja. Also. Das kommt dann alles von dieser Seite, was wir da bauen, passt. Jetzt. Egal ob da oder da. Dementsprechend können wir hier eine... Mal eben. So. Hier hin. Und dann haben wir nämlich da schon mal den Punkt gefunden, wo wir hinwollen. am Ende. Das sieht gut aus. So. Also. Egal was wir bauen an Space Elevator Parts, die kommen von der Seite. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit dann zu fangen. Auf diesem. Und Crusher zu lassen. das. Für die wir nicht genug nutzen. Aber... Zinn hatten wir da vorne. Oder hatten wir das? Das muss doch hier gewesen sein, oder? Nee, das ist Blei. Ach, da ist. Da ist Zinn. Genau deswegen mache ich das Ganze. Weil ich den Spaß hier... loswerden will. Ja. Jetzt müssen wir da vorne hinrennen. Jetzt ein Stück. Alle kriegen zwei Bänder rein, wir machen das aber so, dass die Bänder unten drunter laufen. Oh, das wird auch. Butter müsste da ja gegelt sein, da waren wir dran. Und das sieht auch sehr konstant hier aus. Dass es da jetzt noch nicht voll ist, na? Komm aber mal eben. Nein, ich lasse mich gerade nicht ablenken. Ich bin bewusst nach dem, was ich beim letzten Mal hoffentlich korrigiert habe. Meine Frau hat Spaß. Das war auch schön. Ähm. Wir setzen den dann aber auch ganz bewusst so hin. Dann können wir hier Boden durchführung für die Bänder machen. Ja. Dann haben wir eins. Zwei. 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 ich hoffe ihr versteht ihn so stehen schon aber ihr findet ihn auch wollte doch hier drauf ich wollte doch hier drauf nein nein ja in lichen spaß sondern nachher noch mit dem namen jetzt machen wir haben und 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 das wird alles sehr sehr lustig aber wir haben immerhin kohle scheiße da ist auch noch einer will ich ihn überlege ich eigentlich möchte ich ja nachher dass das wirklich alles zusammen läuft jetzt kommen dürfte ziehen dürfte nicht ausweichen weil die mal etwas mehr als einer sind doch sehe ich links von mir das muss das kommt genau hin ein meer bräuchten wir noch ich glaube ich ziehe noch einen weiter und schnapp mir den da vorne noch ich habe ich mir auch ganz schrumpf indem ich hingehe habe ich denn noch alles für ja gut zwei die holen wir uns das hier ich habe mich von hier aus ich meine ich bin hier auch schon sehen kann wäre ich doof wenn ich bin ich allerdings um strom ist hier das größere problem habe ich da vorne er muss das war so nicht gedacht dass ich hier unter fliege um von hier zu holen ist glaube ich wirklich nicht schwer so irgendwo wird jetzt noch was anderes rumfliegen wenn ich noch nicht gesehen habe dahin die ecke war ich ja gar nicht und da irgendwo ich gehe jetzt einfach mal was wir aber wollen eigentlich darauf immerhin mit dem richtigen hier eigentlich gemacht warum mir hier das war doch das wo ich dann kopf heraus mache ich genau da hinten noch ein und dann fangen wir an den spaß nach unten hin schon mal zu verraten dass sie doch 19 stück wenn ich jetzt davon aus dass wir das heute nicht schaffen werden hier aber probieren geht über studieren möchte das eigentlich haben also ich hier drauf ist das schlimmste falls einen daneben noch so sieht so nah aus machen denn so wie schön alle hier rein dann hast man immer runter kommen dann drauf kommen wie das ganz stumpf überlegen er war ja gut die überall 60 ausbauen ich für jeden einzelner 60er band zu nehmen weil warum soll ich schneller machen läuft hat die hälfte darüber ich bin natürlich um ein paar bänder zu sparen 120 annehmen und dann hier noch mal aufteilen man könnte es da unten ein bisschen knapp werden müsste man aber ich bin ja wir haben doch wir haben 120 auf den 100 also einen auf 120 er liegen und dann quasi das ist ja sonst sich nämlich gesagt hier zwischen direkt und dann wird das aufgesplittet dann kommt von jedem ein band hier hin geht darunter das kostet und nicht so also nicht kohle sondern ich auch doch wenn ihr dann muss ich zwei reinpacken hier kann ich das das reicht ich weiß das hier rein da brauche ich sich ich muss 60 rein führen das schlecht ich 60 einführen muss jeder von denen gibt mir 120 ich weiß nicht ob die da hinten das tun ob da irgendwo vielleicht mal nicht rein ist das habe ich jetzt nicht nachgeguckt aber da muss ich die straße ja noch verdoppeln da wird aber der platz knapp ich kann doch jetzt nicht noch mal 19 bauen ich meine das gute wäre ich bräuchte bei jedem nur einen eingang weil warum soll ich hier also das wäre holy das wäre eine möglichkeit immer 60 ab zwacken und hier rein auf 120er band da dann einmal weg 120er band da beziehungsweise restliche 60 da rein 120er band da rein da rein und ich brauche jeweils nur einen und ich meine haben wir nicht warum habe ich das und noch mal eben gerade schon denken dass wir leer so ich brauche ich gerade auch nicht ganz weg ganz weg alles und ich behalten das an weg das an weg natürlich nicht auf wenn da hinten irgendeiner keine 120 bietet die daraus kommen hier von jedem einfach zwei bänder ziehen direkt rein aber auch definitiv dann nicht ja jetzt noch mal 19 zusätzliche dahin hatten jetzt mit dem einen nach vorne noch mal ob der auch ist ich glaube zusammen zu spüren auf 120 andererseits das ist schwierig erst mal ruhig bei dem auch der auch jetzt das macht wird also die vielleicht bin ich auch einfach nur blöd und verstehe die ausgaben nicht ich würde behaupten ich meine das hat ja auch bei dem gepasst ja auch 60 pro minute raus der auch 60 jetzt jens ist bei 200 prozent ich muss die länge nochmal hinten dran bauen also 20 stück weil 19 dann tun wir das mal so jetzt bin ich tatsächlich sogar noch platztechnisch schaffte passen ich weiß wahrscheinlich wird irgendeiner nein macht das nicht du brauchst nachher noch für was anderes dann brauche ich um natürlich bin ich dabei noch was aber dann ist es wenigstens schöne zahl ich habe ich jetzt so da vorne hingelegt ich wahrscheinlich von hier aus nicht an den strommast kommen aber so so Ach ja. Ja, ja, ich weiß nicht, ob das ist. Was haben wir hier jetzt? Du. Warum ich da zwei gemacht habe, hätte ich gereicht. Ich gehe zu. Hier hinten dran. Ich gehe zu. 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 Das wird hier gigantisch werden. Ich gehe zu. 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 mit einer weiteren Modus reinholen. Und das werden wir hier drin nicht nehmen. ich gehe zu. 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 ja nein nein also wenn ich ehrlich bin das sieht schon lächerlich aus oder wir brauchen die durchführung und die wilde fahrt vordere loch wobei links für mich vorne ist ich möchte das so machen dass alles von einer seite wo ich auch durch die wüste rennen und die hier anschließend werde ich definitiv hier hingehen und erst hier alles fertig machen wo er strom dran da sollte ich kein problem mit haben ja gerade in dem anderen spiel mehr probleme weil ich da ja auch noch ganz gut an muss ich einfach mit dem mit der kohle ein bisschen rum haben so okay wir fangen da vorne das sind jetzt also heißt wir brauchen hier von jetzt jetzt was ist das für eine andere interessant jetzt das unten drunter bauen wird gleich viel spannender weil das muss ich alles und hier sind alle dran strom nicht dahin der stromast geht an den und den hier hin nein ja nein ja nein ja ok ok haben wir system los ja 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 und du kommst noch mal hier hin weil hier ist unser was und zwar gehst du hier hin und hier aus hier hin und da drüben haben wir keinen Anschluss mehr aber da haben wir einen ok das heißt die ersten müssten jetzt theoretisch wenn sie ein rezept hätten werden oder du sollst das machen das ihren wir uns und du bist sehr gut und wir gehen jetzt aber erst hin um wir gehen jetzt aber erst hin und gucken dass wir sie alle anklicken es ist ich bin ja gleich gespannt wenn ich die alle dran habe wo dann einer nicht angeht weil ich ihn vergessen habe oder falsch geguckt oder was auch immer durch den unteren zeit ging er gleich nicht mehr ich mache heute auch ein bisschen haben wir schon mal eine idee was so an dass wir sein zwischen drin hätte ich bei einem schon aus das heißt das willst du er ist gut wirklich sehen ja, please ja 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 bisher sieht das gut aus wahrscheinlich nachher sowas von verrechnet an irgendeiner stelle oder vertan oder da hinten kommen irgendwo nur 20 raus und ich muss hier zusammenpacken damit irgendwas passt und ja ich weiß dass vier mal 20 nicht 60 sind aber ihr wisst was ich meine aber ich bin hier für den ist das der worst oder best case also ich bin für einen Fall gewusst da muss ich noch die ganzen die Frage brauche ich quasi auch alles was danach kommt schon mal auf weil was ich ja möchte ist dass die Sachen die hier rauskommen die sollen natürlich auch schmolzen werden zum beispiel und das andere was da rauskommt muss ich auch gucken ähm ein band bekommt ja kann man ja leider nicht sehen ne der eine kriegt ja das kaputte zeug und der andere kriegt ja die die erde daraus hier die mit den crash stone ähm das sieht auf jeden fall gut aus crash stone da rauskommt eigentlich unsere maximale hier muss ich auf der richtigen seite raus das heißt ich muss nachher einmal gucken wo was herkommt wenn ich vielleicht das recht behalten sollen egal ähm so das haben wir das jetzt müssen wir hier einmal runter so ja hier ist radiation das zeug jetzt erstmal weg muss ich nicht noch wegschmeißen oder und mach doch einfach diesen Block hier weg warum ist da immer noch radioaktivität da ist da ist nichts mehr hier kann gar nicht so versorgt sein ja 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 genau so will ich das haben Okay. Ich gehe jetzt hin und gehe davon aus, dass ich mit 120er Bändern arbeite, ne? Das heißt, ich setze gleich. Nein. Ich bin den ersten davon. Äh, nein. Ich setze gleich den ersten davon. Ähm, den Splitter. Und wann das durchgeht. Und dann immer so weiter. Und dann schauen wir mal, wie wir das hingehen. So, und der erste ist natürlich da vorne, der erste. Oder selbst den lasse ich von da kommen. Der geht hier unten drunter einmal rum bis dahinten. Und zwar möchte ich. Das dritte brauche ich. 20 Stück. Das funktioniert, ne? Das ist gut. Ohh. Das ist gut. könnte funktionieren ich bin immer noch richtig scheiße dann habe ich den verdreht ich bin alle an du bist richtig du bist richtig du bist richtig du bist richtig du gehörst da gar nicht hin auch nicht da habe ich mich getan jetzt nehmen würde ich also gesagt da nicht dran ja schon ich noch nicht mehr der letzte muss frei sein so sieht jetzt machen wir ich mache bewusst die seite weil ich davon aus der mittlere nicht passen wird würde gehen aber jetzt machen wir das einheit das jetzt anders machen jetzt müssen wir gucken dass wir den da rein das andere zeich so passt was sollte er hat mich bewusst okay das heißt hier nicht so kurz machen also ja ich kann nicht sowieso so kurz machen das brauche ich aber ich bin mit 20 bändern da muss auch ein zweier hin und dann 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ich glaube tiefer brauche ich nicht gehen das heißt beziehen uns die anderen 10 das werde ich hier nicht wo kann ich mir das merken kann ich mir das also mein gedanke ist jetzt ich ziehe hier es war jeweils 60er bänder hin ich muss ja jetzt von der seite und kommen an den ran das muss ich aber dann abreden auf 120 weil ich habe dafür nicht genug material habe ich 147 ich bin gerade mal 90 machen und ich brauche die dinger dazu das wird lust da muss ich mir nur was okay jetzt müssen dann neuen hin bis sieh dann da wir wollen ich verstehe die das die 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 ist jetzt wieder bis ist da rein du gehst wieder bis vor eben okay ja bye 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 okay das hätten wir damit gehen die alle schon mal in den nächsten rein jetzt natürlich überlegen das ist eine gute idee oder das ist eine gute idee ich würde jetzt hingehen die alle so das nehmen wir mal hier wenn wir im in den 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 auf ihn runter dann sitzen wir hier noch mal einen hin und schnappen uns sagen wir nehmen uns von hier die höhe 9 ist jetzt darüber und ich habe schon nicht mehr genug das mache ich mir jetzt in hier beim nächsten würde ich hingehen also bei dem hier jetzt wieder das thema was ich gerade nicht bald overlap denn da du läufst falsch rum du läufst falsch rum du läufst falsch rum wir laufen alle falsch rum du bist der einzige der richtigen das ist in 60ern erst mal dann und dann durch dann machen wir dich und da aus und da aus da dran aus ein ja , ich nehm weil du, 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 du. du… du, ich nehm das wird noch witz weiter da muss dahin und dort aus gibt es denn was ich mache also dir geht so durch das so jetzt gehen doch da haben wir ein riesen problem da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht und weg hier kommen alle weg und dann müssen wir die nach ganz außen ziehen genau aber hier kommt ein bisschen kippen werde ich nicht vermeiden können du hier unten jetzt wäre die frage ob ich hier einfach auf 10 durchziehe und dann immer da einen runterlaufen lasse während die da wieder die immer unten auf der 10 landen ich glaube dass das sinnvoller ist also quasi weil der eine jahr und dort kommt so in die eine immer einen hoch gehen wollen die immer einen runter ist einer mehr da ist und wir den gar nicht mehr brauchen natürlich schön wenn ich das material für die ständer sparen könnte aber und anschluss her ist einfach weil sonst brauche ich das woanders also das ist halt es wird nur zum ende hin interessant weil da kann was dann lassen also quasi dann wenn ich habe hier sogar den katzenweiß genommen runter weg nein hier drauf hier hoch möchte gerne da hin nein möchte ich nicht hier noch von da in den dank so dann bist du darüber wir machen heute ein bisschen kürzer hat ja super funktioniert wir machen hier beim nächsten mal weiter ich bin zu mir überlegen ob ich das nicht machen weil das jetzt auch nicht so spannend jetzt nur noch hier durch deine vorstellung wow noch schlechter hätte ich den aber auch nicht sitzen können oder also solange ich noch hier welche habe muss ich mit denen immer auf die zehn und dann ziehen wir das so durch ihn darüber und wenn dann die anderen so anschließend wie das hier auch gemacht haben dann gehen währenddessen die hoch das muster wunderbar und der von unten geht immer auf die zehn rüber dann haben wir das da oben dann müssen wir nur noch nicht die wüste rennen und den ganzen spaß hierhin wie viele folgen sollen das dauern ich glaube das mache ich dann aber definitiv auf springen vielleicht sich auch irgendwie oben drüber man sollte sich das einfach nur in die mitte bringen einer stelle aber wahrscheinlich da hinten einmal wer drauf und dann so ein bisschen abgehen das gucken wir uns mal an wie wir das am besten hinkriegen hier ohne radiation in stadt und eben da weil das sieht so bier aus drucken war falsch wir nehmen das nehmen hier echt mal die tasse weg die brauchen wir gerade nicht eigentlich wäre ein ausblick schöner bei dem ich die dinge auch wir suchen uns jetzt eine schöne position für die beinhaltet bauen nicht bauen wenn ich mir diesen ausschnitt so nehmen hat sich doch gut aus oder das ist ein bisschen höher wobei wir müssen das ein bisschen mehr in die mitte nehmen damit da ist heute nämlich so dann sollte ein bisschen platzfrei sein ja das gibt ein bisschen den eindruck ich mache auch vorsichtshalber auch noch mal so ein angucken mal welcher es wird ich sag mal das war für heute wenn euch gefallen hat dann lasst mal so ein abo da glocke nicht vergessen daumen weg großartig kommentar freue ich mich riesig drüber und damit macht das ist gut tschüss